was geht ab was geht download herzlich willkommen neues eternal evolution video und gute neuigkeiten wir haben wieder exklusive gift codes vier gift codes an der zahl sind wieder am start und die kann ich euch wieder verlosen und wir machen das so wie ihr das schon kennt an die leute die schon öfters in den videos vorbeigeschaut haben wir machen dass ihr wieder 24 stunden ab veröffentlichung des dieses videos hier zeit habt einen kommentar unter dem video zu platzieren also auf das video das video zu kommentieren und zwar erstens wieder wie immer euren discord namen aus folgendem grund damit ich euch wenn ihr gewonnen habt wenn ihr gelost werdet morgen mache ich das verlosungsvideo dann wenn ihr dort dann gewinnt damit ich euch kontaktieren kann ohne viel hinterher zu rennen zweitens möchte ich gerne dass ihr einmal eure erwartungen reinschreibt an das also eure erwartungen an das kollaborations event das steht ja fast vor der tür es ist noch knapp mehr als eine woche aber es wurden schon vier helden quasi angeteasert und ja ich würde gerne eure meinung eure gedanken was ihr erwartet dass ihr euch erhofft vielleicht auch hören dass ihr das reinschreibt und ja dann könnt ihr quasi die gift calls gewinnen ja for the english people out there give away time you have 24 as usual you have 24 hours time to comment down below the video first you have to comment with your discord name so i can contact you easy um if you win in the video in the giveaway and second i want you to write down um you know what you expect about the giveaway not about the giveaway what you expect about the upcoming collaboration event um what your thoughts are what are you expecting what are you hoping for yep just something like that and yeah okay i wish you all good luck peace leave us subscribe and a thumbs up and we see us tomorrow guys